Hallo, guten Tag, mein Name ist Papel Dillinger und ich arbeite hier für die Deutsche Telekom. Heute kommen ja die neuen Sneakers raus. Ich habe da unten welche und ich war gerade hier als erster Kunde mal in den Shop trim und habe gesagt, hey, gibt es auch Schuhe von euch, würde ich gerne mal anziehen, probieren, wie die sind. Hey, gibt es aber leider nicht und von daher noch ein Grund mehr, sich für die Deutsche Telekom zu entscheiden. Hey, nur ein kleiner Spaß.